Hallo meine lieben Kinoblogger und Filmfans da draußen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Habe ich mir auch diesen Monat ein paar neue Filmchen in meine Sammlung geholt. Das habe ich unter anderem meinen lieben Facebook-Kollegen Mario zu verdanken. Ganz, 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 ganz lieben Dank nochmal an dieser Stelle. Ich durfte mir nämlich aus der neuen 6 für 30 Aktion bei Amazon ein paar Filme heraussuchen. Sind aber nicht alle darunter, also die 6 Filme schon. Aber ich habe dann auch bei einem Flohmarkt-Rundgang noch ein Schnäppchen gemacht und mir dann selber noch eine kleine Filmbox zugelegt, die ich euch ebenfalls gerne vorstellen möchte. Gut, es sind insgesamt 8 Filme. Eigentlich mehr, weil in der Box befinden sich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, allein schon 6 Filme. 6 Filmchen, also nicht das, was ihr jetzt denkt. Würde ich euch jetzt wahrscheinlich nicht vorstellen. Aber nichtsdestotrotz fangen wir doch jetzt mal an mit einem Film. Der nennt sich, kurz und knapp, Bailey, ein Freund fürs Leben. Leben, kenne ich persönlich nicht. Ich glaube, es gibt sogar schon 3 Filme davon. Baileys Rückkehr oder Bailey kehrt zurück, keine Ahnung. Aber nachdem ich wirklich Hunde abgürtisch liebe, ich selber habe keinen, wenn ich die Zeit hätte, würde ich das wahrscheinlich ändern. Und ich auch mit Filmen, ach Gott, ich kriege eigentlich jedes Mal nasse Augen, wenn ich mir solche Filme anschaue. Aber sie berühren mich einfach so sehr. Ja, ob es jetzt ein Ruf der Wildnis ist, Hachiko, Marley und ich, Max. Also das sind alles richtig tolle Filme. Selbst ein Hund namens Beethoven. Und da muss dieser Film einfach mal sein. Dennis Quaid spielt da wohl auch mit. Der berühmte Familienfilm wird ganz aus der Perspektive des Hundes erzählt. Basierend auf dem Bestseller-Roman Ich gehöre zu dir. Ja, also den Trailer, den fand ich schon so süß. Und da führt natürlich selbstverständlich kein Weg an diesem Film vorbei. Mit der Stimme von Florian David Fitz. Also ich freue mich definitiv auf den Film. Und ich weiß jetzt schon, ich brauche Taschentücher. Und ich stehe auch dazu. Und ja, auf jeden Fall, Bailey, ein Freund fürs Leben, ist der erste Film, für den ich mich entschieden habe. Eine berührende Geschichte über die Freundschaft zwischen Mensch und Hund. Auf jeden Fall machen wir dann weiter mit einer Gendarmerie-Box. Und zwar zu dem Polizisten, äh, wie heißt er nochmal? Crougeau. Crougeau, wie man es jetzt auch richtig ausspricht. Und natürlich der gute alte Louis Diffené, Louis Diffenés, der ja leider Gottes auch gerade mal 70 Jahre alt geworden ist. Und die Box gab es jetzt vor kurzem für 18 Euro bei Amazon. Ich habe die Filme wirklich ewig nicht gesehen. Ich kenne sie jetzt auch ehrlich gesagt nicht alle, muss ich mir eingestehen. Aber in seiner Rolle als leicht cholerischer Polizist, der mich so ein bisschen an, naja, nennen wir es jetzt mal Eddie Murphy seiner Zeit erinnert. Ja, Louis Diffené. Ich glaube, der ist 83 verstorben mit 69, 70 Jahren. Also er ist leider Gottes nicht alt geworden. Wenn er natürlich im privaten Leben genauso ist wie in seinen Filmen, dann wundert mich das bei bestem Willen nicht. In dieser Box, die Gendarme-Blu-Ray-Box, sind auf jeden Fall drinne. Der Gendarme von St. Tropez, der Gendarme vom Broadway, Balduin, der Heiratsmuffel, Balduin, der Schrecken von St. Tropez, Louis' unheimliche Begegnung mit den Außerirdischen, den fand ich auch richtig witzig. Und Louis und seine verrückten Politessen, der hatte auch was. Ich bin mal gespannt, wie sie das Bild- und Tontechnisch hinbekommen haben, weil die Filme sind natürlich jetzt auch nicht mehr ganz zeitgemäß. Man hat halt versucht, irgendwie das Beste rauszuholen aus der Bildqualität, Bild- und Tonqualität. Aber ich denke mal, ja, die Filme waren so 60er, 70er Jahre. Also schauen wir mal, was die Box hergibt. Aber ganz ehrlich, für sechs Filme von Louis Diffené, 18 Euro, da kannst du nicht meckern. Da nimmt man auch Filmkorn in Kauf, das hat wenigstens noch ein bisschen Stil, gerade bei solchen älteren Filmen, weil wenn die so glatt gebügelt werden, ist natürlich jetzt auch nicht so das Wahre. Von daher kann man sich ruhig da mal so ein bisschen nach den älteren Bildformaten orientieren. Und ich bin aber auf jeden Fall gespannt, was mich hier erwartet, weil ich habe die Filme echt ewig nicht gesehen. Und ja, vielleicht mache ich da mal ein Wochenende draus oder so. Lü, Diffené. Genau, so, dann machen wir mal weiter mit einem Film. Den habe ich auch auf meiner Facebook-Seite schon mal gepostet. Bin ich vor einer Woche, war ich hier mit meinem Clan auf dem Flohmarkt und ich musste sogar zweimal hingucken, ob der Preis wirklich stimmt. Ich habe ihn bereits in der Sammlung als deutsches Steelbook, bin dann aber noch über das 4K-Steelbook auf dem Flohmarkt gestoßen, in englischem Ton, das UK halt. Aber ich musste dann einfach zuschlagen, weil für 10 Euro, original verpackt, hier, also billiger geht es schon gar nicht mehr. Also ich habe noch nicht weiter reingeschaut, werde das die Tage aber auf jeden Fall mal tun, englisch hin oder her. Also für den Preis kannst du nicht meckern. Also ganz ehrlich nicht. Ich habe ihn dann gefragt, warum so günstig. Er hat gesagt, ja, das war irgendwo ein Preisfehler. Keine Ahnung, wo er sich den bestellt hatte. Aber auf jeden Fall für den 10er, was willst du denn da verkehrt machen? Hatten auch ein 3D nochmal gehabt, auch für 10 Euro. Und da musste ich bei 4K einfach zuschlagen. Er ist zwar für mich Endgame jetzt, naja, nicht ganz so gut wie Infinity War. Hat zwar ein starkes Finale, aber ich fand halt Infinity War unterm Strich doch einen Ticken besser. Aber nichtsdestotrotz, für die paar Euros musste der Film definitiv in die Sammlung. Also Avengers Endgame im 4K-Stilbook. Dann geht es weiter mit einem Survival-Film, Abenteuer-Film. Und zwar mit Mads Mikkelsen. Ja, den hatte ich schon ein paar Mal auf dem Schirm. Habe ihn aber warum auch immer nicht mitgenommen, obwohl ich auch das Genre mag. Und zwar Arctic. Eine virtuose Leistung von Mads Mikkelsen. Arctic ist pures Kino mit großer Wucht inszeniert und gefilmt. Ein packender Abenteuer-Film. Also wie gesagt, ich habe noch nicht einmal den Trailer gesehen. Ich weiß von dem Film rein gar nichts. Aber ich mag das Genre. Von daher lasse ich mich einfach mal überraschen, was der Film kann. Einer der besten Survival-Filme aller zeigen. Ja, das wird bei vielen Filmen immer gesagt, dass sie besonders toll sind. Aber letzten Endes sieht es dann ja jeder anders. Der eine feiert ihn, der andere findet ihn totale Grütze. So ist das eben nun mal. Mads Mikkelsen in der besten Rolle seiner Karriere. In diesem gefeierten Survival-Thriller beweist der Ausnahmeschauspieler als Held mit großem Herzen sein ganzes Können. Boah. Hört, hört. Große Worte auf jeden Fall. Ob mich der Film dann persönlich auch packt und anspricht, das werde ich dann zeitnah herausfinden. Und ich denke mal auch dementsprechend mal eine Kritik dazu machen. Auf jeden Fall. Arctic hat es jetzt auch in meine Sammlung geschafft. So, dann geht es weiter mit einem echt grandiosen Cast. Könnte echt interessant werden. Ich nenne euch jetzt mal so ein paar Namen. Jamie Lee Curtis, Daniel Craig, Chris Evans, Christopher Plummer, Don Johnson, Michael Shannon in Knives Out. Mord ist Familiensache. Böse, brillant, bissig und saumäßig unterhaltsam. Ja, da geht es wohl darum, dass hier irgendwie Harlan Torombray ist tot. Irgendwie in den Familienkreisen, der ist verstorben. Und jetzt wollen sie natürlich der Sache auf den Grund gehen, wer vielleicht für den Tod verantwortlich sein könnte. Und jeder von denen, die halt so ein bisschen befragt werden, streitet das selbstverständlich ab. Er wisse von nichts. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, weil das ist mal wirklich ein Star-Aufgebot aller Güte. Und ich bin echt definitiv gespannt. Smart, witzig, stylisch und erstklassig besetzt auf jeden Fall. Er sagt zwar prinzipiell nicht immer was aus. Also ich habe schon Filme gesehen, die hatten einen tollen Cast. Und mich hat der Film dann überhaupt nicht abgehoben. Ich müsste, Mensch, welcher Film war denn das? Wo ich sage, echt toller Cast. Aber den Film fand ich persönlich echt nicht gut. Ich komme jetzt persönlich nicht drauf. Vielleicht fällt es mir noch ein. Aber das heißt, prinzipiell noch gar nichts. Wenn der Cast toll ist, dass das dann der Film auch ist. Aber nichtsdestotrotz bin ich doch jetzt einfach mal gespannt, was hier abgeliefert wird. Weil, ja, Daniel Craig und Chris Evans. Allein für die würde ich da und Jamie Lee Curtis schon mal einen Blick riskieren. Ob der denn, also zumindest kritikmäßig, scheint er wirklich gut dazustehen. Von daher lasse ich mich mal überraschen, was mich denn hier zeitnah erwartet. Weil es sind ja doch ein paar Filmchen, wann ich die hier alle schaffe zu sichten. Das lese ich noch nicht. So, dann geht es mit einer Action-Ikone weiter. Ja, mit einer meiner Lieblings-Action-Ikonen. Ja, seine Zeit war ja auch für mich persönlich so die 80er und 90er Jahre. Und zwar, I'll be back. Ja, last Action-Hero Arnold Schwarzenegger. Ja, als Action-Ikone Jack Slater. Zum Film brauche ich eigentlich nicht viel erzählen. Ich muss mir aber wirklich eingestehen, ihr könnt mich jetzt steinigen. Ich habe den Film, glaube ich, erst ein, zweimal gesehen. Und ja, ich habe ihn erst jetzt in der Sammlung. Meine letzte Sichtung ist auch schon bis erlaher. Und ja, nachdem ich mich dann wirklich durch diese Aktion gewuselt habe, dachte ich mir so, Mensch, jetzt wird es doch mal Zeit, in sich in die Sammlung zu holen. Die ein oder anderen Action-Ikonen, die müssen halt einfach sein. Warum ich ihn jetzt erst irgendwie gefunden habe, fragt mich bitte nicht. Keine Ahnung. Aber ich dachte mir so, ja, jetzt wird es doch mal Zeit, zuzuschlagen. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal wieder gespannt auf das Filmchen. Auch gerade, wie es jetzt Blu-ray-technisch umgesetzt ist, weil der Film, der ist ja aus den 90er Jahren. Da wissen wir ja nicht. Also manche haben wirklich ein super klasse, scharfes Bild bekommen. Ein bisschen Filmkorn schadet ja prinzipiell nicht. Bin mal gespannt, was ist denn hier tonmäßig? Ja, DTS HD. Ja, muss man mal gucken. Aber ja, der super Action-Kino-Held Jack Slater, ja, er spielt sich ja in dem Film ja doppelt, das wisst ihr ja. Und ja, von daher bin ich mal gespannt, was die Blu-ray so hermacht. Aber jetzt habe ich ihn auch endlich mal in meiner Sammlung. Dann auch, naja, Klassiker würde ich jetzt nicht sagen, aber so ein Film aus den 90er Jahren mit Jamie Lee Curtis und Donald Rutherland. Ja, so ein Science-Fiction-Horrorfilm auf einem Boot. Auf einem Boot, genau. Und zwar Virus. Den habe ich auch ewig nicht mehr gesehen. Ich kann mich da auch nur so vage dran erinnern, was da abging. Also optisch hat er für die damalige Zeit echt so einiges hergemacht. Science-Fiction-Horror. Auf einem Schiff lauert das nackte Grauen. Ja, bin ich mal gespannt. Und, also ich meine, letzte Sichtung, ich müsste jetzt lügen, 15 Jahre, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Aber ich habe ihn noch in guter Erinnerung, zumindest so was die Umsetzung angeht, so am Rande. Also da haben sie sich nicht lumpen lassen. Da geht es um irgendeinen Virus, der befällt irgendwie an Forschungsboot. Und das wird dann gechartert und der nimmt dann irgendwie die ganze Mechanik, die ganzen Instrumente irgendwie ein und befällt dann irgendwie die Leute und, ja, so künstliche Intelligenz halt an so richtiger Sci-Fi-Horror und, ja, ein Action-Schocker mit atemberaubenden Special Effects. Das ist wohl wahr. Der war, das wehs ich noch, das war richtig erste Sahne und hochgerettige Star-Besetzung von den Prozenten von Aliens und Terminator 2. Ja, also, äh, dachte ich mir, Mensch, hier, den Film könntest du dir doch auch mal in die Sammlung holen. Wäre doch auch mal wieder nett, zeitnah mal zu sichten. Also der hat, der hat echt Spaß gemacht, das wehs ich noch. Warum ich den jetzt wieder erst auf dem Schirm hatte, keine Ahnung. Das ist halt so manchmal, ne, dann guckt man sich irgendwelche Aktionen durch, so überfliegt's und dann denkst du so, äh, Moment mal, äh, den könntest du dir doch auch mal wieder reinziehen. Und, ähm, gibt's wahrscheinlich auch auf Netflix, aber ich bin halt trotzdem noch einer, der gerne was im Regal stehen hat. Und, ähm, von daher hab ich hier mit Sicherheit auch nichts verkehrt gemacht. So, last but not least geht es jetzt um eine Romanadaption und zwar von Stephen King. Da kam ja schon so einiges von ihm und das ist auch ein Remake des Films aus den, jetzt müsste ich lügen, 70er, 80er Jahren, 70er Jahre, glaube ich. Und zwar Stephen King's Der Nebel. Hab ich selber damals nur einmal geschaut, fand ich aber von der Grundstimmung her echt sehr interessant. Gerade diese Wesen im Nebel, die, ähm, wurden wirklich sehr gut in Szene gesetzt. Er hatte auch so eine richtig packende, äh, Grundstimmung. Charakteristisch, wenn mich jetzt nicht so alles täuscht, war's jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Aber, ähm, so die Inszenierung an und für sich fand ich doch sehr gelungen. Wenn ich mich jetzt noch so vage dran erinnern kann, liegt ja auch bei diesem Film schon einige Jährchen zurück. Ähm, von daher muss ich mal schauen, ob ich den dann doch noch so in positiver Erinnerung habe. Oder ob ich dann nach der Sichtung sag, oh, weia, was hab ich mir da geholt. Ähm, aber ich war der Meinung, ich fand ihn damals nicht schlecht. Von daher dachte ich mir, komm, äh, pickst du dir halt auch mal raus. Schaust mal, ob der Film mich immer noch so, äh, fixst wie zum damaligen Zeitpunkt. Der ist ja jetzt doch schon ein paar Jährchen alt. Ich frage, ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht, aus welchem Jahr worden der. Tadadadadam, muss ich mal gucken. 2007 kam zumindest die Blu-Ray, ich sag mal so 2005 müsste das gewesen sein ähm, ja, schreibt mir in die Kommentare ob ich jetzt falsch liege, keine Ahnung ich hab das jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht genau recherchiert aber, ähm, ja, ich bin da drüber gestoppt und dachte mir so, Mensch, packst du den doch mal ein Limited Collectors Edition, wer weiß was da alles mit drauf ist ähm, Extras entfallene Szenen, Making-of Analyse einer Szene, die Monster unter uns, ähm, ja schauen wir doch mal, auf jeden Fall Stephen Kings der Nebel, den letzten Film, wo ich gesehen hab, war, ähm, Stephen Kings ähm, Needful, Needful Sings müsste das gewesen sein, den fand ich auch richtig stark wollte ich an und für sich auch mal eine Kritik machen, aber irgendwie wieder in Vergessenheit geraten, okay ja, äh, Stephen Kings der Nebel genau, schauen wir mal, ähm, ob mich der Film dann wirklich noch, äh, genauso packt, wie es, äh, zum damaligen Zeitpunkt der Fall war, und wenn nicht, dann kommt er halt wieder weg, gut ja, dann wäre ich durch mit meinen Neuanschaffungen im Juli war ja doch ein bisschen mehr als beim letzten Mal und ich denke mal, fast für jeden was dabei, ne, Action Drama Survival Superhelden Komödie ne, also ja schauen wir mal, wann ich dazu komme, mir die Filmchen reinzuschauen weil es ja auch zeitlich immer so eine Sache gut ja, dann, äh, schreibt doch mal in die Kommentare, welche Filme ihr davon kennt, ich denke mal das werden wahrscheinlich so einige sein, wie ihr sie auch vielleicht findet und, ähm, wie ihr so prinzipiell, was ihr so prinzipiell von meiner Ausbeute haltet und genau gut dann haben wir es mal wieder geschafft mal schauen, was dann im August so rumkommt obwohl August weiß ich nicht ich hab dann auch Urlaub ja, muss man sehen es gibt mit Sicherheit auch so je ein oder anderen Monate, da fällt die Ausbeute kleiner aus wenn es dann nur mal zwei, drei Filme sind da mache ich jetzt kein extra Video dazu aber wenn es dann so ja doch mal eine Handvoll Filme ist, ne wie in diesem Fall dann lohnt sich das schon mal euch die mal näher vorzustellen gut dann wäre ich durch mit meinen Neuanschaffungen im Juli ich wünsche euch noch ein wunderschönes Restwochenende und bis die Tage Ciao, euer Basti vom Kinoblog Bye Bye